Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, alle diejenigen, die Kinder im Kita-Alter haben, werden sich noch an den Stress erinnern, wenn es mit sich brachte, ihr Kind in einer Kinderbetreuungseinrichtung unterzubringen. Also, möglichst sämtliche Kitas in Wohnortnähe oder in einem alltagskauflichen Radius und lang des Weges von der Wohnung zum Arbeitsplatz zu recherchieren. Also, idealerweise möglichst vielen Kitas eine Koab-Anmeldung persönlich abzugeben, von Zeit zu Zeit nochmal dort anzurufen, um den Stand der Platz zur Vergabe zu fragen und dann zu hoffen, dass in einer der ausgewählten Kitas ein Platz frei wird, wenn man es mindestens auf der wartenden Liste so weit nach vorne rutscht, dass man so zubekommt, bevor es zu ernsthaften Problemen bei der Vereinbarkeit von Arbeitszeit und Erziehungszeit kommt. Nun gibt es mittlerweile, ob man das Online-Angebot Webkita, einige Erleichterungen, unter anderem durch die dort mögliche Vorab-Anmeldung, aber bei dem Versuch, das Verfahren zu verbessern und zu vereinfachen, ist man offenbar auf halbem Wege gestehen. Besonders transparent für Eltern und Träger ist das alles nach wie vor nicht. Und wenn ich daran denke, dass ich vor noch gar nicht so langer Zeit meine Kinder insgesamt sechs Einrichtungen anmelden musste und von drei und drei Monaten später anrufen wurden, nachdem wir bereits einen Platz hatten, weil dann in den jeweiligen anderen Kitas noch mal etwas frei geworden war und die Leitungen ihrer Wartelisten abarbeiten mussten, dann denke ich, dass dieses System durchaus noch ausbaufähig ist. Trotz des Rechtsanspruchs auf einem Kita-Platz befinden sich viele Kinder noch auf Wartelisten und die Eltern müssen sich selbst bei verschiedenen Kitas auf Wartelisten nicht nur eintragen, sondern auch austragen, wenn sie anderweitig inzwischen einen Platz gefunden haben. Das mag in einem Teil der Fälle funktionieren, oftmals aber eben auch nicht. Und hier gibt es nach wie vor so viele Reibungsverluste, die letztendlich vor allem eine Belastung für die Einrichtungen darstellen. Die Stadt Kassel hat laut Eingabe aus Kumpfland über keinen Überblick. Die von uns hier beantragte Einführung einer zentralen Erfassung der Kita-Plätze und ihrer Belegung könnte hier Abhilfe schaffen. Auch in der Hinsicht, dass die Stadt dadurch auch wüsste, wie viele Plätze tatsächlich fehlen, statt nur die Bedarfsergebnisse. In die zentrale Erfassung können Eltern ihren Bedarf entweder direkt online oder vor Ort über die Kitas eintragen. Ergänzend könnte diese Möglichkeit auf dem Bürgerbüro angeboten werden. Kindertagesstätten tragen, lokal angemeldete und vergebene Plätze in die zentrale Erfassung ein. Dadurch wäre gerade als Nachbuch vereinfacht, da Kinder auf mehreren Wartelisten automatisch in ein Land gestrichen würden, sobald sie einen Platz gefunden haben. Für Eltern, die noch keinen Platz gefunden haben, können aktiv Alternativen an Geboren werden schaffen. Das wäre durchaus eine erhebliche Serviceverbesserung für Eltern und Kinder im Krippen- und Kindergartenalter. Sie sparen Zeit und Wege. Für die Stadt ist es so möglich, die Platzvergabe besser zu steuern, Transparenz zu schaffen, mehrfach Anmeldungen zu verhindern und eine stichhaltige Bedarfsplanung vorzugeben. Kindertagesstätten können dadurch rechtzeitig Bedarf an zusätzlichen Kapazitäten anmelden. Sie erhalten einen realistischen Überblick sowohl über die tatsächlich Interessierten als auch über die gerechte und ausgebrochene Verteilung der Kindergarten. Gerade vor dem Untergrund steigender Kinderzahlen und des notwendigen weiteren Ausbaus der Kapazitäten wäre die Annahme unseres Antrags ein Schritt hin zu mehr Transparenz für Eltern, Träger und Stadt und zu einer leichteren und reibungsloseren Kita-Platzvergabe. Es ist ja schon mal gut, dass im neuen Haushalt ein Ausbau der Kita-Plätze vorgesehen ist. Auch wenn wir den Bedarf durchaus als noch höher einschätzen, der Ausbau der L3-Kapazitäten immer noch schleppend verläuft, an Hortplätzen und WG-Plätzen für Schulkinder gar ein ausgesprochener Mangel besteht und der bauliche Ausbau der Kindertageseinrichtungen dem Notwendigen teilweise hinterherhängt. Aber die Steuerung der Kita-Platzvergabe wäre eine von mehreren Schnellschrauben, in denen eine praktische Verbesserung im überschaubaren Aufwand machbar ist. Und an diesem Punkt könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es möglich sein sollte, zu einer Einigung auf der Grundlage unseres Antrags zu kommen. Danke.